So Leute, herzlich willkommen zurück. Nun, da wir zum Monster geworden sind, müssen wir zur Space Needle, um das Ganze hier zu beenden. Und da wollen wir jetzt natürlich logischerweise hin. Ich weiß, ich tue mich wieder so gepflegt ausdrücken, das ist, ouch, das war ein Baum. Das ist wieder der Wahnsinn, ist. Dann müssen wir hoch. Ob es da oben noch mehr Kräfte gibt, das ist so die Frage. Das werden wir im Laufe dieser Folge hier rausfinden. Ach nee, da ist nichts dran. Nee, nee, das ist alles... Genau. Dachlüftung, aaaaaaahhhh. Hu, 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 hu. Jetzt starte alle the free, the free, the free, the free Climber, wie er abgeht. So ein Zäpfchen, alter. 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 Jawoll, ja, da hoch. Hoch mit dir. Hoch mit dir. Hoch mit dir. Ich hab's dir ja gesagt hören, Reg, ich will nur... Jaaaaaaah. Eine Antwort. Schön, schön, schön. Und jetzt das Kabel. Eiei. Ich frag mich echt, wie man eigentlich bitte so schnell an so einem Kabel hochklädeln kann. Und dann macht er so da, 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 da. Und hepp rüber. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Seht euch mich an. Seht mich an. Ich bin der Master, der Desaster. Ich bin der Kletterprofi. Ich bin der... Ja, wenn ich noch wüsste, wer noch heißt. David. David. David Bell, glaub ich. Mein Player. Und wieder schön. Hey. Hey Betty. Was geht ab? Oh, bisschen chill an der Space Needle. So, alles wieder. Total. Am relaxen. Äff. Wie lange muss ich noch da? Ah, sieht schon besser aus. Zack. Schon viel besser. Ich bin auf dem Aussichtsdeck. Nichts geht weiter. Was haben wir da um... Oh, ein Gegner. Aus dem Weg. Ich bin euer Monster, das ihr erschaffen habt. Mach weiter. So. Hoch mit uns. Schön, was da oben gibt. Oh, da, ein... Banner. Genau, mach das mal. So, ein Salwind. Klasse. So, jetzt gehts. Machen wir eine aus. Extremkiller. Ihr seid. Euer Ende ist gekommen. Ba 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 ba. Na, der hat uns schon gestoppt. Hast du gedacht? Ja. Ba. Alter. Alter. Was willst du von mir? Aua. Alter. Da hält mal jemand voll auf mich drauf. Irgend so ein Penner. Ja. Diesmal haben wir eine. Absack. So, was sind das da hinten für welche? Wie geht das? Die gleichen weg. Ah nein. Die kleinen sind das. War es das? Wie es aussieht. Toll. Alle gar verarschend. Hätten wir mehr Rauch hier. Komischerweise kann ich das hier immer noch, ne? Was mich sehr verstört. Alter. Das war klasse. Hä? Warum geht das nicht kaputt, man? Ich glaube, so wird das nicht. Genau. Das glaube ich aber auch. Oh mein Gott. Ja, klar. Nee. Das ist wieder so typisch. Jetzt funktioniert es. Jetzt. Da habe ich gedacht, holen wir uns mal gleich die Kräfte. Nein. Eben nicht, ne? Das ist wieder so richtig toll. Das wird absolut fantastisch. Das wollen wir doch mal hoffen. Oh. Noch gar nicht so schlimm. Oh. Ist das nicht besser? Gute Kammersträmen. Warte. Hat das noch? Oh. Jawohl. Jetzt. Drücken sie. Oh. Oh. Ist das nicht besser? Gute Kammersträmen. Jetzt. Ja. Hi. So. Und. Ab geht's. Oh Mann. Jawohl. Das. 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 Ist es. Was ich sehen will. Zerstörung. Genau. Jawohl. Das. Das nenne ich Motivation. Nichts. Joo. Immer locker bleiben. Wir sind vielleicht taub, aber nicht blöd. Das DUP komplett aus Seattle zu vertreiben. Braucht Zeit. Jo. Wir sind hier angekommen. Jo. Immer Spaßverderber. So. Wer sagt das? Die Chinesen? Ah okay. Ah, und da schön ist das auch so. Nehmen wir das da, oder? Schönes Symbol auf der Jacke. Da weiß auch jeder, wer es ist. Ich bin da. So in der Art. Tja. Augustin, du alter. Bab. Bab, 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 bab. Ja. Wir wollen ja nicht zu gewalttätig werden hier. Da, da. Wie viel habe ich? Zwei Scherben. Wow. Damit kann ich viel anfangen. Ja, auf jeden Fall kann ich mir eine Riesenschwefelbombe basteln. Oder einen Doppelluftsprung. Schon lieber die Riesenschwefel. Jawohl. So muss das sein. Mhh. Bannermann. Meinst du, ich brauche einen PR-Manager? Ja. Ja, das wäre ganz gut so. PR-Manager ist immer ganz praktisch. Was willst du denn ohne PR-Manager machen? Ist vielleicht nicht die beste Idee, dich jetzt an der Space-Needle rumzutreiben. Ich meine, warum nicht der rauchtastische Typ? Oder nur der rauchtastische Typ? Ich versuche weiter die entflohenen D.O.P. aus der Stadt. Das ist nicht die. Viertel für Viertel kriegen sie seine Kontrolle, indem sie Viertelnehmissionen abschließen. Okay, mobile Kommandozentrale zerstören, DOP-Ausrüstung und Befestigung zerstören, bestecke Kameras und Geheimagenten entdecken, verfolgerndrohnen zerstören und ihnen Energie entziehen, inspirierende Kunstwerke sprühen. Ja, schön. Babb, ciao. Oh, Alter. Alter? Alter? Nein! Ihr seid vielleicht mal ein paar Hurenböcke hier. Entschuldigung für die harte Wortworte. Doch das musste gerade mal sagen. So, jetzt nochmal. Neuer Versuch. Warum taucht eigentlich auch ausgerechnet in dem Moment so ein verschissener Truck hier auf? Oh, das ist eine ganz andere. Hi. Gucken, ob sie durch darf. Darf sie durch? Alter. Was geht bei euch schief? Lacker bleiben. Hü. Oh, hallo. Oh, scheiße. Alter. Was geht mit euch ab? Babb. Jetzt zeig ich euch mal, was hier abgeht. Babb. Steh auf und kämpf wie ein Mann, du Schwächling. Alter. Oh, da liegt eine Scherbe. Wo kommen die her? Ihr seid alles nichts. Ihr seid alles kleine Pisse. Zack. Und zack. Und zack. Aha. Neuer Vogel, hä? Wurden zum Wächter befördert. Das ist schön. Mal die Scherbe her. Zack. Was piepst du da? Schnauze. So. Oh, hi. Na du. So, gibt es hier eigentlich irgendwelche Missionen? Ah, da hinten wäre was. Das ist schön. Das ist prima. Da freue ich mich doch. Tschüss. Yippeit. Yippeit. Blut war das Geschwader. Oh, oh. Oh. Total überfordert. Oh. Eine auf Balkon. Kleinwärme. Ah, Mist. Jetzt würde ich auch nicht sagen. Ich stehe in der Luft. Ah, doch nicht. So. Da hinten muss ich hin. Oh, da ist noch irgendwas. Irgendwas blaues. Was ist das blaue? Was ist das blaue? Was ist das? Autsch. Au. Sag mal. Muss ich da hoch der Bett? Für das blaue. Lass mal sehen, was das ist. Muss ja irgendwas ganz Besonderes sein. Drogen sind gefährlich und illegal. Vernichten sie sie für gutes Karma. Alles klar. Hi. Guten Tag. Ich weiß nicht, was passiert ist. Der ist einfach umgefallen auf einmal. Und dann... Ich weiß, ich bin irgendwie leicht brutal heute. Veranlagt. Keine Ahnung warum. Gibt mir den Smoke. Eine coole Drehung auf der Schussrolle gemacht. So muss das sein. Ich kann fliegen. Ich bin ein... Oh, ich stürze ab. Oh, scheiße. Ich stürze. Komm, das packe ich. Ah, Mist. Und weiter geht die wilde Fahrt. Oh, da ist wieder ein Kontrollpunkt. Da gibt es bestimmt wieder eine Scherbe. Hallo. Ich habe mal eine Frage. Und zwar... Geht euch gut, oder? Ich kann Raketen aus meinen Händen abschießen. Ja. Danke. Wie klein ist es. Alter. Alter. Hi. No. Liegt bequem. Zwei Scherben eingesammelt. Uuuh. Alter. Kein... Stress hier. Zack. Jetzt ist ja noch einer drin. Was ist mit dem? Eingepennt oder was? Okay. So. Was ist denn das? Irgendein Schloss? Ah, das sind die da wahrscheinlich. Ja, das scheinen die zu sein. Ab, ab. Da braucht jemand Hilfe. Tja. Und schön hochgeheilt. Und was geht mit euch? Wo piept es denn da schon wieder? Da hinten weg wieder. Überall dasselbe. Immer das gleiche mit diesen Spannern hier. So. Gehen wir mal da hinten lang. Wobei ich mal kurz gucken könnte, was könnte man aufrüsten wieder. Schon wieder zwei Scherben. Ah, ich bin so reich. Rauch entziehen kann ich aufrüsten. Jawohl. Schwefelbombe kann ich auch aufrüsten. Ja. Ja. Okay. Achtung. Immer noch Doppelsprung. Lüftungsheilung. Das ist sehr praktisch. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Jetzt werde ich geheilt, wenn ich die Lüftung flutsche. Ist doch richtig gut sowas. Die Schnellheilung. Nochmal hochgepusht. So. Was haben wir denn da hinten? Toll. Jetzt muss ich da. Ja, klasse. Ja, da seht man es wieder. Ich krabbel da so hoch. So ganz elegant. Du, Rauch. Ja, jawohl. So. Da unten ist die Mission. Servus dem Licht auf der Spur. Mission ist gesperrt. Ja, stellen Sie? Aha. Da hinten muss ich was zerstören. Dann können wir die Mission erst spielen. Na dann machen wir das doch. Nee. Leute. Gehen wir mal etwas zerfetzen. Ich verplatze die Penne. So. Eine Lüftung. Die ist glücklich. Eine Lüftung. Oh, das ist irgendwas. Stör-Sender-mäßig. Aha. Sowas. Ich glaube, wenn ich jetzt hier hochgehe, komme ich direkt drin raus. Vielleicht sollte ich zuerst von da hinten. Irgendwo. Alter. Was ist denn hier los? Das ist ja richtig. Platz da richtig zugebombt. Alter. Alter. Was wollt ihr jetzt schon wieder von mir? Leute. Wow. Servus. Servus. Ah, haben wir ein paar. Das ist gut. Boom. Und? Tatsächlich. Und da hinten. Das scheint auch noch sowas zu sein. Toll. Klasse. Voll abgeschmiert. Ich glaube, es geht los. Wollen wir mich doch alle verarschen. Muss ich irgendwie, dass Stelten hinkommen. Gefahr. Sie betreten ein Sperrgebiet. Boom. Tschakalaka. Ah. Keine Bewegung, du Penessa. Schießt die Schüssel runter. Ja, so gehört es sich. Schnell laden. Alter, ein Scharfschütze. Oh, nicht nur einer. Mehr. Ah. 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 Fall doch mal um. Umgefallen? Gut. Bam. Einfach nur ergeben. Also manchmal das Leichteste. Die kleinen Penne. Alter, nicht abhauen. Stehenbleiben. Sag, da, 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 da. Bam. Bam. Da hatte ich die Bär geschält. So. Ähm. Ah, da schwebt wieder irgendein Penner rum. Wow. Keine Bewegung. So. Das hätten wir jetzt. Das müssen wir gucken. Da drüben ist bestimmt auch noch ein bisschen was los. Danach gehen wir dann nach unten zu dem anderen Penner. Und machen den fertig. Ja. Keine Bewegung. Ich hab euch. Ich hab euch. Bababababa. Und noch einer weniger. Es geht richtig ab hier. Wo ist der? Wo bist du da unten? Schau mal auf. Da, 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 da. Oh shit. Ist jetzt wohl der andere jetzt doch schon hier oben, oder wahr? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich seh'n gar nicht. Da unten auf jeden Fall. Achtung, jetzt geht's ab. Uh, ho, ho, ho. Jawoll. So muss das sein. So muss das sein. Bum. Alter. Ja, alles klar. Was wollt ihr? Geht mir aus dem Sichtfeld, ihr Kleinen. Ne. Du musst was schmeißen. Alter. Was geht ab? Bab. Du brauchst gar nicht erst zu probieren, mich anzugreifen. Und was willst du? Fall. Gut. Guter Junge. So. Noch ein paar Scherben essen. Ein paar Scherben. Scherben. Immer her mit den Schergen. Nein, nicht Schergen. Scherben. Scherben. Dann schnell ein bisschen aufrüsten hier. Jetzt haben wir ja wieder vier. Das ist einfach saugeil. Ätzende Dämpfe. Was? Okay. Man weiß einfach gar nicht, was man da so nehmen soll. Am besten hier vielleicht. Und jetzt eine Dämpfe. Dann würde ich sagen, einmal Rauch entziehen und einmal Rauchschuss oder so. Das sieht doch ganz gut aus. Gut. Dann machen wir da mal die Mission jetzt. Die ist da unten. Das Ganze. Aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut. Und haut rein.